cool Alter, das ist der beste Modus, den Fokke hat Ja, der ist der gehypteste Modus ever OOOOOOH OOOH Headshot 285 Scheiße Wo war der? Wo war der? Wo war der? LoL, what? Oh, Treffer 100 Meter Ne, 100 damage 1000 Meter so meine ich Digga, was? Treffer, hab einen Down, los, 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 los Ultra closeer Shit Der fährt Oh, oh, ne, das ist so ein geiler Modus Also dieser Kill, es ist so unglaublich befriedigend. Wie kann man so viel Spaß haben? Ein Fisch steigt auf einem Jetpack empor und drückt ihren explosiven Bogen auf sein Quad-Bike rein und er ist tot? Also das ist das Limit. Alter, jetzt habe ich wenigstens eine Shotgun. Das ist das Wichtigste erstmal. Sauber. Max, der wiederbelebt den. Kannst ihn holen, kannst ihn holen. Hab gepinkt. Mach Fokus, mach da Druck. Nicht, dass der den holt. Go. Kriegst du, kriegst du. Ja. Boah, Junge. Wo bist du? Hier. Den habe ich auseinandergenommen. Hast du ihn gespürt? Den Kill hatte ich richtig gespürt. Da hatte ich sowas wie eine göttliche Eingebung. Alle wieder. Ne, egal. Weil sie alle wieder am Leben sind. Ja, ja. Ich liebe das. Camp mit mir, Junge. Wie geil. Noch einer neben uns. Oh, ich krieg Damage. Ja. Scheiße, bin ich gar nicht mehr im Feld. Oh, noch einen hin. Oh, noch einen hin. Nein. Wie viel habe ich bitte gedownt, Digga. Rumatra, Digga. Erzähl es mir. Hast du es gesehen? Das war richtig. Ja, ja. Du hast richtige Hits ausgestellt. Weil ich im Feld war. Ich habe im Feld plus 300% Aim. Ja, ich merke schon. Und plus 1000% Abfuck bei den Gegnern. Der Typ, der da angelaufen kam. What the fuck? Ich höre ihn nicht. Digga, die sind so lost. Ich bin, Alter, es ist unglaublich. Kann das jemand bitte klippen? Kann das bitte diesen Kampf jemand klippen? All die haben ja alle Schutz. Ja, wir sind drei unter den Kuchen gebracht. Die hat einen Schutz. Wo ist der? Hinter dir. Nummer 75er. Der hat das Avengers. Der hat low. Der hat einen Schild. Der ist schlecht. Der ist schlecht. Der ist schlecht. Der ist ultra krass. Komm schon her. What? Digga, Captain America hat mich komplett weggetötet. Holy shit. Ibims Mongral heißt er. Äh, warte mal. Shit, ich muss kurz. Rot einstellen. Headshot, der ist down. Nice. Ach du, er holt. Komm. Max? Ja? Bist du on fire? Wieso? Was ist da los? Das war ganz gut. Das sieht witzig aus. Du musst ein bisschen zurücklaufen, Max. Da kotze ich schon wieder. Also wenn das public passiert, bin ich hundertprozentig off. Ui. Chef Strobel, schnell. Oh Mann! Chef Strobel! Ich habe keine Metz, Digga. Das gibt es doch nicht. Ich bin da schon wieder so am... Nee, Chef Strobel. Meine Fresse! Ich will seit sechs Monaten, dass du bei mir landest. Das... Oh Mann, ich werde so sauer. Oh. Digga, hier ist... Oh, oh! Der ist raus. Bitte holt ihn. Bitte, Romatra. Ich habe drei Leben. Bau mich zu mir, das tut, du Hund! Ich bin der lustigste Spieler der Welt. Digga, bau! Oh mein Gott. Du hast tausend Material, bau! Oh mein Gott. Romatra, hilf mir. Romatra. Romatra, ich brauche deine Hilfe nochmal. Hä? Was ist... Romatra, ich bin gestorben wegen dir, Romatra. Romatra hat mich getötet. Was hast du gemacht? Erzähl mir das, was du getan hast. Nein. Ich... Was geht bei euch? Nitu, was geht? Nichts, denke ich. Haut rein. Haut rein. Oh, scheiße. Ah, da ist mir die Gedanke, Max. Sag mir nicht... Ah! Ah! Karma! Du bist so hässlich! Ammar, lass ihn sterben. Lass ihn sterben, Ammar. Irgendwann wird er pieken. Bin gespannt. Was ist? Du musst sagen, wenn es dreckig ist, okay? Dass du den getroffen hast, ey. Wenn es dreckig ist, musst du sagen, ja? Mhm. Weil dann höre ich auf. Ja, ist dreckig. Ist dreckig. Einfach Bescheid geben, ja? Weil dann lass ich es. Ist das dumm. Wenn dir das zu verkämmt ist, dann höre ich auf damit, ja? Ist das dumm, wisst ihr? Das ist ja so dumm. Bist du bescheuert? Boom! What the fuck, Digga? What the fuck? Ach, hier oben geht's ja nicht. Halt's Maul. Das fickt mich jedes Mal. Was denn? Das finde ich so schlecht, dass das nicht geht. Wieso geht das nicht, Leute? Was? Scheiße, ich habe ihn nicht gefunden. Das war nicht absichtlich ein 360. Das ist voll OP. Das ist doch Schottgangschutz. Das ist doch eigentlich genug, ne? Ja. Warte mal. Oh, Miggy! Das ist ja so, oh, Miggy. Also es ist unglaublich. Es ist unglaublich, Miggy. Das sind die Aufnahmen. Das sind die Aufnahmen, deswegen zocken wir auch zusammen. Oh, lässig. Saulässig an der Stelle, acht Kids. Und einen Jetpack. Der hat, aber das, also das Jetpack habe ich mir auch earned. Also erstmal oben Headshot, dann aus der Luft. Das habe ich mir earned. Baumangriff. Ich habe einen Baumangriff kassiert. Ich wäre sonst lange schon auf dem Dach. Wenn ihr Bock habt, Kampfsport zu machen, macht das. Ja? Ich habe jetzt auch angemeldet beim Kinderjudo. Da sind so Leute, die wiegen so, keine Ahnung, kleine Kids. Sind acht Jahre alt. Die wiegen so 30 Kilo oder keine Ahnung. Ich wiege 117. Und dann gebe ich der ganzen Mannschaft, wenn ich in Fortnite eine schlechte Runde hatte, richtig auf die Fresse einfach. Richtig schlechtere Leute raussuchen. Und die richtig nass machen, wenn man mal schlechte Laune hat. So ist das, wenn man Trimax Stream sniped. Die kommen aus dem Horde. Ja, genau so. Oh Gegner, scheiße, scheiße, scheiße. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Oh fuck, oh fuck. Wo bist du ganz? Scheiße, er baut mich ab. Das war's. Oh, er baut mich ab. Oh scheiße, oh scheiße. Oh fuck, oh fuck. Jo, er hat replaced. Ich habe keine Mets, deswegen sterbe ich die ganze Zeit. Oh, warte. Oh, ich habe keine Mets, man. Wie kann das sein, dass ich keine Mets habe? Wo kam der her? Ich habe auch immer Steps und Panikfeuer. Ich würde locker besser spielen, wenn ich nicht so Panik sein würde. Trap ihn. Ja. 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 Ich habe mich so gefreut, als ich getrafft habe. Wie geil. Hast du das gesehen? Bin ich jetzt auch ein Pro? Pro. Ich schlafe mir gleich ein. Was ich auch geil fände, übrigens, wäre, wenn wir... Ey, lass zu. ...wenn wir oben auf High Ground spielen und dann in der kleinsten Zone die Gegner hochriften. Wir haben den schlechtesten Spiele auf der Welt gefunden. Ey. Oh. Damn, der ist raus. Völlig auseinander. Also ganz doll gewonnen den Fight. Klasse, Els. Digga, die sind lost. Das ist gut. Das ist gut. Alex, wir sterben jetzt, ne? Was ist das für eine scheiß Höhe hier? Hallo? Hallo? Was ist das für eine scheiß Höhe? Ich kann auf keine Schräge. Oh Mann. Ich brauche euch, das war's. Das war's, das war's. Ich bin tot, ich bin tot. Ich brauche euch dringend. Wo ist denn der? Da. Ich hab keine Metz! Das war das Schlechteste, was ich jemals in meinem ganzen Leben gemacht habe, glaube ich. Das war's.